Hallo und herzlich Willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hain, schön, dass Du da bist. Gerade zum Jahreswechsel entsteht in uns häufig der Wunsch, etwas, was uns in unserem Leben belastet, im alten Jahr liegen zu lassen und nicht mehr in das neue Jahr mitzunehmen. Doch wie funktioniert das eigentlich? Wie können wir etwas wirklich loslassen und unser Leben frei und losgelöst erleben? Genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Also mach's Dir gemütlich und ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören. Denke einmal an die Sache, die Du loslassen möchtest. Dies kann vieles sein, wie zum Beispiel eine bestimmte Angst, ein gewisses Gefühl, das wir viel zu oft fühlen, aber gar nicht fühlen möchten. Ein negativer Gedanke, der uns Kraft raubt. Eine schädliche Gewohnheit, die uns einfach nicht gut tut. Ein Verhaltensmuster, das uns mehr Probleme bereitet, als dass es uns weiterbringen würde. Eine Abhängigkeit oder Sucht. Ein alter Schmerz. Ein altes Leid. Oder ein Vorwurf, den wir noch an andere Menschen haben oder an uns selbst. Eine alte Geschichte. Was auch immer Du loslassen möchtest. Wie fühlst Du Dich, wenn Du an diese Sache denkst? Vielleicht spürst Du einen inneren Widerstand in Dir hochkommen. Was genau macht diese Sache eigentlich mit Dir, dass Du sie unbedingt loswerden möchtest? Welche Gefühle werden da in Dir ausgelöst? Oder ja, was macht das mit Dir? Warum möchtest Du das, was Du loswerden möchtest, eigentlich loswerden? Häufig fühlen wir uns aufgrund dieser Sache, die wir unbedingt loswerden möchten, in unserer Freiheit eingeschränkt. Wir fühlen uns dem ausgeliefert, machtlos, gefangen, blockiert oder auch total starr und bewegungsunfähig. Diese Sache, die wir nicht loslassen können, vermittelt uns das Gefühl, in unserem Leben nicht frei sein zu können. Nicht machtvoll, beweglich, offen und weit zu sein. Also hinter dem Wunsch, etwas loszulassen, steht häufig die Sehnsucht nach Freiheit, nach Eigenmacht, nach Weite und Offenheit. Und wir glauben, dass wir diese Qualitäten erst erreichen können, wenn wir das, was uns so einschränkt, losgelassen haben. Wir glauben, weil wir etwas nicht loslassen können, können wir nicht frei und glücklich sein. In Wahrheit ist es aber so, dass wir etwas nicht loslassen können, weil wir nicht frei und glücklich sein können. Weil wir vielleicht gar nicht wissen, wie das eigentlich funktioniert, unser Leben frei und glücklich zu erfahren. Wenn wir in der Lage wären, unser Leben frei und glücklich zu erfahren, dann könnte uns gar nicht so sehr einnehmen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, etwas loslassen zu müssen. Weil wir es nicht aushalten, dass das da ist. Ja, aber wie funktioniert das denn jetzt, wenn wir eben in dieser Lage stecken? Wenn da etwas in unserem Leben ist, was uns so sehr belastet und so sehr einschränkt, dass wir uns völlig davon eingenommen fühlen. Zuerst ist es, glaube ich, ganz wichtig, uns bewusst zu werden, dass das, was wir loslassen oder auch loswerden möchten, ein Teil unserer Existenz ist. Und das darf es auch sein. Oft ist es doch so, dass wir gegen das, was wir loswerden möchten, einen Groll oder Hass hegen. Aber damit machen wir die Sache nicht besser. Denn damit lehnen wir einen Teil unserer Existenz ab. Und solange wir das tun, haben wir es immer schwer mit uns selbst. Um etwas loslassen zu können, ist es wichtig, dich mit dem, was du loswerden möchtest, zuerst einmal liebevoll zu beschäftigen. Bisher hast du dich wahrscheinlich eher grüblerisch, ablehnend und widerwillig damit beschäftigt. Damit ist es dir aber bisher nicht gelungen, es loszulassen, sondern damit hast du ihm eher noch mehr Gewicht in deinem Leben gegeben. Solange wir über die Dinge, die wir loslassen möchten, nachgrübeln, binden wir uns immer noch mehr daran, weil Grübeln nicht dazu da ist, uns dabei zu unterstützen, unser Leben zu verändern, sondern Grübeln ist das Werkzeug unseres Egos, das uns zur Verfügung steht, unsere Gefahren riesig zu machen, damit wir sie besser sehen können. Also mit Grübeln um das, was wir loswerden möchten, erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Denn mit Grübeln wird das, was wir loswerden möchten, immer größer und größer und nimmt uns immer mehr in unserem Leben ein. Um etwas loszulassen, müssen wir mit einem anderen Teil in uns in Kontakt kommen. Mit dem Teil, der loslassen kann, der sich weiterentwickeln und wachsen möchte, der sich verändern möchte. Wir müssen also aufhören zu grübeln, müssen uns einmal bewusst Zeit nehmen, uns liebevoll mit der Sache, die wir loswerden möchten, zu beschäftigen und uns die richtigen Fragen stellen. Und diese ganz in Ruhe, in einer entspannten Haltung beantworten. Denn genau dann sind wir mit dem Teil in uns in Kontakt, der sich eben verändern möchte. Und eine sehr wichtige Frage zum Thema Loslassen wäre, welchen Nutzen hat das, was du loslassen möchtest eigentlich für dich? Wozu dient dir das? Welchen Zweck erfüllt es für dich? Es ist nicht so, dass wir das, was wir loslassen möchten, nicht loslassen können, sondern wir halten uns daran fest, weil es für unser Egosystem einen bestimmten Zweck erfüllt. Es ist sozusagen bedeutsam für unser Ego und erfüllt einen Nutzen für uns. Und genau das herauszufinden, was das eigentlich für ein Nutzen ist, kann auf jeden Fall sehr wertvoll sein, um das Ganze loslassen zu können. Bestimmte Gedanken, die wir zum Beispiel loslassen möchten, erfüllen den Nutzen für uns, uns beschäftigt zu halten und uns damit nicht verändern zu können, beziehungsweise unsere Komfortzone damit nicht verlassen zu können. Wenn wir die ganze Zeit denken, dass wir nicht gut genug sind, dass wir unfähig sind, wenn wir irgendwelche destruktiven Gedanken über uns selber denken oder an einem bestimmten Gefühl festhalten, das uns Kraft raubt oder immer wieder bestimmte Ängste in uns produzieren. Ich sage extra produzieren, weil wir tatsächlich unsere Ängste produzieren, wenn unsere Ängste ein großes Thema in unserem Leben sind, das uns belastet, dann produzieren wir selber unsere Ängste. Wenn wir all das machen, wenn wir an diesen Gedanken, Gefühlen und Ängsten festhalten, dann gibt uns das immer eine Art Rechtfertigung, warum wir uns nicht verändern müssen, warum wir diese sichere Zone, in der wir leben, nicht verlassen müssen und uns nicht in die unsichere Zone, die sich außerhalb der Komfortzone befindet, hineinbewegen können. Denn diese Veränderung in uns, die wir uns wünschen, also nicht mehr diesen Gedanken zu denken, nicht mehr an dem anzuhaften, was wir loswerden möchten, ist der Raum außerhalb unserer Komfortzone. Wenn wir von etwas Bestimmten abhängig oder nach etwas süchtig sind, dass wir loswerden möchten, dann hält uns das auch in einem Raum gefangen, in dem wir uns sicher fühlen. Also das, was wir nicht loslassen können, symbolisiert für unser Egosystem unterm Strich immer irgendeinen Halt und Sicherheit. Deshalb ist die große Frage, wie können wir uns in unserem Leben auf eine andere Art und Weise Sicherheit geben und vor allem auch, wie können wir uns auch in den unsicheren Momenten sicher fühlen. Denn gerade in den Momenten, in denen wir uns selber nicht sicher fühlen, brauchen wir immer diesen Halt, an dem wir uns festhalten. Und das sind eben diese Dinge, die wir eigentlich loswerden möchten, weil die sind ja die ganze Zeit präsent in uns. Und um die loslassen zu können, ist es ganz wichtig, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir uns in unserem Leben grundsätzlich Sicherheit geben können, auf eine gesunde Art und Weise, vor allem auch in den unsicheren Momenten. Vorhin habe ich ja kurz erwähnt, dass wir glauben, weil wir etwas nicht loslassen können, können wir nicht frei und glücklich sein. In Wahrheit ist es aber so, dass wir deshalb etwas nicht loslassen können, weil wir nicht frei, und glücklich leben, weil wir vielleicht gar nicht wissen, wie es funktioniert, so zu leben. Und eigentlich geht es beim Loslassen darum, dem, woran wir uns festhalten, gar nicht mehr so viel Gewicht in unserem Leben zu geben, sondern uns viel mehr darum zu kümmern, aus uns selbst einen Menschen zu machen, der sich stabil und sicher in sich selbst und mit dem Leben verbunden fühlt. Denn wenn wir das sind, wenn wir dieser Mensch sind, der sich in sich sicher fühlt, der sich hier in diesem Leben und in seiner Existenz sicher fühlt, dann brauchen wir das gar nicht mehr, dass wir uns an etwas, was uns unglücklich macht oder schadet, festhalten müssen. Wenn wir an das Loslassen denken, dann haben wir daran oft die Erwartung, dass das, was wir loslassen möchten, komplett aus unserem Leben und Sein verschwinden muss, sich quasi in Luft auflösen muss und dass wir erst wirklich frei sein können, wenn uns das gelungen ist. Doch das muss es gar nicht, damit wir uns frei in unserem Leben fühlen können. Wir müssen nicht erst das eine komplett beseitigen, um das andere leben zu können. Denn das, was wir loslassen möchten, ist in Wahrheit ja einfach nur ein winzig kleiner Teil unserer Existenz, dem wir mit unserer Aufmerksamkeit unglaublich viel Gewicht geben und ihn damit riesig werden lassen. Wenn wir dem, was wir loslassen möchten, keine Aufmerksamkeit mehr schenken, es gar nicht mehr beachten, dann wird es von ganz alleine seine Kraft und Macht über uns verlieren. Denn in Wahrheit geben wir selbst mit unserer Fokusenergie dem, was wir loslassen möchten, macht über uns. Eigentlich ist es unsere eigene Macht, mit der wir uns selbst gefangen halten. Um uns von dem lösen zu können, was wir loswerden möchten, ist es deshalb so unglaublich wichtig, etwas in unserem Leben zu finden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit und Fokusenergie lenken können. Und das, was uns hierbei am meisten weiterbringt, ist eben unser eigener Zustand. Unser eigener, befreiter, glücklicher und gesunder Zustand und unser erfülltes Leben. Wenn wir darauf unsere Aufmerksamkeit richten, dann wird das, was wir loslassen möchten, von ganz alleine seine Schwere verlieren, sein Gewicht verlieren. Es wird sich damit von ganz alleine von uns lösen. Nicht ganz, das muss es auch gar nicht. Denn es ist ein Teil unserer Existenz. Der Gedanke, nicht gut genug zu sein, Ängste, Abhängigkeiten, werden vielleicht immer mal wieder Teil unseres Lebens sein. Aber sie müssen eben uns nicht mehr so sehr dominieren, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, wo wir im Leben hin möchten. Wenn wir etwas haben, wohin wir unsere Energie richten können. Und wenn das nur der eigene körperliche Zustand ist, in dem ich mich wohlfühle, das reicht ja schon. Wenn ich meine Energie darauf ausrichte, mich selber so gesund zu halten, mich selber so körperlich fit zu halten, mir alles zu geben, was ich in meinem Leben brauche, um mich wohlfühlen zu können, dann ist das eigentlich schon genug. Genau daran scheitern dann aber auch ganz viele Menschen, weil sie eben gar nicht wissen, was sie brauchen, um sich in ihrem Leben wohlfühlen zu können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es viele Jahre und teilweise heute immer noch so, dass ich nicht genau weiß, was ich alles brauche, um mich wirklich in meinem Leben wohl und erfüllt zu fühlen. Viele Dinge habe ich schon rausgefunden, aber es kommt immer noch was dazu. Und ich glaube auch, das ist ein ewiger Prozess, der vielleicht niemals ganz zu Ende ist. Sich wirklich der eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar zu werden, der eigenen Werte klar zu werden. Das ist etwas, was man im Laufe des Lebens auch total verlieren kann, sich darüber klar zu sein. Also diese Klarheit habe ich persönlich in meinem Leben total verloren. Ich wusste gerade in der Zeit, als es mir so schlecht ging, überhaupt nicht, was ich brauche, damit ich mich gut fühle. Ein paar Dinge waren mir schon klar, aber die Dinge, die ich in meinem Leben brauche, um wirklich mein Leben auch erfüllt erleben zu können, die waren mir überhaupt nicht klar. Und diese Orientierungslosigkeit, die ich damals empfunden habe, die hat mich regelrecht verschlungen. Vielleicht kennst du diesen Zustand auch, dass du irgendwie so dahin lebst, aber dir die Erfüllung fehlt, dir vielleicht auch ein Sinn fehlt. Gerade in diesem Zustand ist es übrigens auch oft so, dass wir etwas nicht loslassen können. Weil wenn wir das verlieren, dann fühlt sich eben unser Ego so unsicher in uns, weil da ja nicht irgendwie was Klares da ist. Je mehr Klarheit in uns herrscht, was wir möchten, was wir brauchen, welche Werte wir leben möchten, welche Bedürfnisse wir haben, was wir leben und verkörpern sollten, damit es uns gut geht in unserem Leben, je mehr Klarheit da da ist, desto sicherer fühlen wir uns auch in uns. Und desto weniger müssen wir uns dann an irgendetwas festhalten, was uns nicht gut tut. Und ich glaube auch, dass dieser unklare und orientierungslose Zustand, wenn wir das eben nicht wissen, was wir brauchen, was uns gut tut, was wir leben sollten, dass wir gerade in diesem Zustand ganz anfällig für seelische Krankheiten sind, weil wir dann ja so verloren sind. Ohne Klarheit und ohne Orientierung verlieren wir uns im Leben. In diesem Zustand fühlen wir uns ja auch oft überhaupt nicht richtig hier in unserem Leben auf dieser Erde. Wir fühlen uns dann fehl am Platz, fremd, nicht dazugehörend. Das hat eben alles etwas mit dieser fehlenden Klarheit zu tun. Und ich glaube eben, dass das, was wir brauchen, um uns wohlfühlen zu können, etwas ist, was in uns angelegt ist. Deshalb haben ja die Menschen auch so unterschiedliche Wünsche und unterschiedliche Leben, in denen sie sich wohlfühlen. Das, was wir brauchen in unserem Leben, damit es uns gut geht, ist total individuell. Und genau das gilt es eben auch herauszufinden. Und ganz oft ist es eben so, dass, wenn man in diesem Zustand steckt, dass man so orientierungslos und unklar ist, sehr oft darüber nachgrübelt, wie man um Gottes Willen sein Leben verändern kann. Genauso ging es mir eben auch. Ich habe mir immer wieder überlegt, wie soll ich mein Leben verändern? Aber mit unseren Gedanken anders, wie werden wir unser Leben nicht verändern können? Denn zuerst einmal kommt das Was. Was genau soll eigentlich anders sein? Und das zu finden, können wir nicht übergrübeln. Sondern das können wir, wenn wir uns mit unserer inneren Weisheit verbinden und unserer inneren Stimme die Möglichkeit geben, zu uns zu sprechen. Denn die Antworten, die sind in uns. Das, was wir brauchen, was wir uns wünschen, nach was wir uns sehnen, ist alles in uns. Und diese Antworten zu finden, können wir eben nur, wenn wir uns mit uns mit uns selber verbinden und unsere innere Stimme zu uns sprechen lassen. Und das ist gar nicht so einfach, in diesen Zustand zu kommen, dass wir da einen Kontakt mit uns haben. Gerade, wenn es uns eben schon sehr lange so schlecht geht und wenn wir schon sehr lange so orientierungslos und unklar durch unser Leben laufen. Und ganz besonders haben mir in dieser Anfangszeit, wo ich noch überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich will, was mir wichtig ist, was ich brauche, um glücklich sein zu können, haben mir zwei Coaching-Übungen geholfen. Und weil die eben so besonders wertvoll für mich waren, habe ich genau diese beiden Coaching-Übungen jetzt als PDFs erstellt. Ich habe die natürlich jetzt in meinem eigenen Stil noch weiterentwickelt und du kannst sie dir ab sofort im Shop auf meiner Webseite herunterladen. Also, wenn du auch in der Lage bist, dass es dir schwerfällt, Antworten in dir zu finden, dann sind diese zwei Übungen genau das richtige für dich. Die waren damals für mich dermaßen erleuchtend und ich bin unglaublich dankbar, dass ich darauf gestoßen bin, denn ich weiß nicht, wie ich es sonst angegangen hätte, mein Leben zu verändern. Das waren eigentlich die Übungen, die ich gebraucht habe, um den nächsten Schritt gehen zu können. Also, wenn dich das interessiert, dann findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Jahresausklang und einen zauberhaften Start in das neue Jahr 2024. Gerade diese Zeit ist eigentlich perfekt, um sich ein bisschen mit sich selber zu beschäftigen, denn auch wenn es eigentlich nur ein Datum ist, fühlt es sich doch immer so wie ein kleiner Neuanfang an. Und das ist doch etwas Wunderschönes, sich in dieser Zeit einmal tiefere Gedanken darüber zu machen, wie man zukünftig eigentlich sein Leben gestalten und erfahren möchte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meinen Podcast hörst und dass du hier bist. Ich schicke dir eine riesengroße Herzensumarmung und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea Deine Andrea Deine Andrea Deine Andrea Deine Andrea Vielen Dank.